Hi und willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Michael Schartner und im heutigen Video nehme ich dich wieder mit zu einem Paar-Shooting behind the scenes. Meine Freundin hat mich vor kurzem wieder gefilmt bei einem Paar-Shooting an einem meiner Lieblingspots in Salzburg. Und ich zeige euch natürlich wieder die Bilder, die beim Shooting entstanden sind. Ihr seht so, wie ich das Paar positioniere, wo ich stehe, wenn ich mit der Kamera arbeite und wie ich einfach so mit dem Paar umgehe. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.